Hallo Leute, wir kommen mal wieder direkt aus Clem Valley. Da kommen wieder ein paar Sachen rüber. Ja, da wir auch einen Drucker brauchen, haben wir natürlich einen Drucker bzw. zwei. Tun wir rüber, also hierher. Clem Ziller macht wieder fünf Spiele mit dem Tor. So, wir haben das Tor aufgekriegt. Clem Ziller ist ganz entnervt. Der freut sich immer, wenn was nicht funktioniert. Wollen wir mal hinterher schleichen, mal sehen, vielleicht fällt er ja. Da gibt es auch nochmal eine Geschichte drüber, werden wir noch erzählen. Einmal haben wir schon mal darüber berichtet in dem Video. So, mal sehen, was hier so los ist. Hier oben, da unten, überall ist hier noch Platz. Ja, unten ist momentan nicht. Ja, ganz unten ist. Ganz, ganz unten drunter. So schwer ist das Ding nicht. Und weg ist es. Genau. So, erstmal hier gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ui, 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 ui. Ganz schlimm. Ganz schlimm. So, dann laden wir erstmal aus und dann geht es weiter. So, wir haben wir wieder ein bisschen eingeräumt. Die Drucker haben wir da unten hingestellt. Einer bleibt hier und der andere ist Reserve. Das sind Farbläser Drucker. Man kann damit nicht scannen oder kopieren. Aber dafür waren sie schön billig. Haben wir jede Menge davon verkauft. Das sind die letzten zwei. Haben wir aus unserem Verkaufsraum rausgenommen. Dann haben wir wieder Zeug hergebracht. Wie es sein soll. Muss mal alles einsortiert werden. Lemzilla in Naturgröße. Genau. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, ich gehe jetzt hier raus. Auf hier. Du hüppst das Tor wieder runter. Ne, da drunter gehst du. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Na ja. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschöne. Entschuldinken.